Hey, yo Leute, was geht ab? Ich bin jetzt Infinity Simulator, also dieses Flugzeugspiel hier. Ähm, ja, ähm, das ist unser Flugzeug und, ja, und würden wir sagen, wir starten jetzt los. Ähm, ja. Ja, sorry, Leute, es ruckelt ein bisschen bei meinem Tablett. Ähm, ja. Wartet mal, Leute. Okay, ich lasse die Kärm jetzt. Oh, äh, jetzt so. Okay. Okay. Das war's für heute. Leute, ich suche mich einen kurzen Cut. Ja Leute, hi, ich bin wieder da, sorry für den Cut, ähm, ja. Also erstmal schleunig ein bisschen, so. Leute, der Flughafen ist voll lang. Also Leute, wie klingt das hin? Ey, wir kriegen das echt hin. Warte, so. So, jetzt werden wir ein bisschen schleunigen. Also zur Zeit geht's um. Ja, und da ist unser Flugzeug. Der rückt da gerade. Warte. 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 Wir müssen kurz gucken. Ach ne, wir sind schon fast da. Ähm, ja. Warte. So. Ey, wir brauchen richtig lang, Leute. Das gibt's doch gar nicht her. Okay. Also, wie landen ich, Leute? Wir fliegen schon die ganze Zeit. Ich mach nur T-Coff. Oder, ja, oder auch nicht. Vielleicht landen wir auch, ja. Ja. So. Mein Freund hatte auch den Spiel und alles kostete bei dem, ähm, Spiel Geld. Und, ja. Und bei mir ist das nicht so. So. Warte mal. Warte. So. Stoppen. Hut. So. 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 Ja, wir machen Take-Off. Ehm, es müsste sich ein Flugzeug ein bisschen nicht mehr rollen. Ja, so jetzt können wir fliegen. Ehm, wir fliegen nicht mal hundert, wir müssen ein bisschen schneller fliegen, sonst stürzen wir noch ab. Sonst wird diese, ja, sonst wird der Video voll scheiße sein. Ja, da muss ich nochmal aufnehmen. Ähm, ja, wir fliegen fast hundertzehn. Ey, da ist noch ein Flughafen, lol. Alter, eh, einfach mal neben mir ist noch ein Flughafen. Ja, aber ich lande nicht. Ja, ich lande nicht mehr. Ja, wir sind noch nicht an Alter! Alter, ich nehme schon 8 Minuten auf. Wie schnell war das denn? Ja. Ah! Wie viel? 120? Wie viel? Auf Wartet mal, Leute. Das Fuka muss doch diese Richtung sein. Ja, wir fliegen jetzt 130. ... ... ... Leute, ich mach's schonmal, äh, ich drück kurz die Mobissen, wenn einer mich stört. Ich mach's schonmal, äh, ich drück. Ja, Leute, wir landen jetzt auf den Flughafen. Also, wir landen hier die Flughafen hier. Ihr seht das wahrscheinlich schon. Wir landen da jetzt. Und KMH, die ist beschleunigt und machen hier ein bisschen langsamer. Und was macht? Ja. Einen Moment. Alter, wir müssen so umkehren und dann so geradeaus landen. Das geht doch nicht so, diese Landung, ey. Ja, aber auch egal. Warte, wir machen schonmal Break. Oder warte noch nicht. Wir landen erstmal. Und dann beende ich die Aufnahme. So, jetzt machen wir Break. Alter. Wie landen wir denn bitteschön? Ja. So, wir sind gelandet. So, jetzt. er läuft so als hallo den feinsten er hat auch nicht da die leute und hoffentlich hat das Video gefallen wenn ja dann lasst doch einen Daumen nach oben und schreibt einen Kommentar für ja alles mögliche Ciao